Ah! Ah! Juli, komm hier schnell her! Ah! Ah! Hi! Guten Morgen! Hallo! Schatzi! Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, aber alles super habe ich doch gerade schon! Mui! Wir sind hier in unser treuen Haus. Und? Wir spielen jetzt was. Wie heißt denn das? Keine Ahnung. Käsemaus. Mäuse Käse. Max Mause Schreck. Okay, das spielen wir jetzt und dann sind wir weg. Ja. 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 Wie viele Schwäle, Mama mia. Cool. Allo. Toll. Tani... Tani... Ah! Ah! So cool! So cool! Haha! Die ist so schön! Die ist so schön! Ich bin immer wieder wang! Oh! Ah! 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 regarding Barteslappen ist ab nach hinten. Ah! Thomas? Ah! conservation. Non. Ah! 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 Ich habe noch ein bisschen Angst. So, wir haben jetzt hier fast unsere Riesenritterburg gebaut, aber hier ist was kaputt gegangen. Aber die sieht mega cool aus. Da bin ich ziemlich stolz. Hier da ist so ein Aufzug. Und dann kommt man da halt durch. Das ist halt so ein Riesenritterburg zum Anschauen. Hier geht es auch rein. Aber es ist ziemlich erschöpft. Wir haben jetzt hier unsere Ritterburg fertig gebaut. Ich bin richtig stolz. Der Julian hat jetzt hier einen Automaten entdeckt. Und er muss unbedingt jetzt mal ausprobieren, wie der geht. Und er sucht sich jetzt mal was aus. Ja, ich nehme die Grenzen. Grenzenrot 8. Äh, 8. So, genau. Jetzt rein? Jetzt rein. Musst du noch irgendwas drücken? Nein. Und jetzt macht es was oder macht es jetzt nichts? Nö. Jetzt scheint es zu gehen. Jetzt da geht es. Ja. Guck mal, so funktioniert es. Bums, da kommt jetzt ein Wägelchen. Puff. Also fällt nicht von ganz oben nach unten, sondern wird sanft geschoben. Das ist keine Hälfte. Da ist es. So, jetzt zeig mal deine Beute.